Und zwar wurde mir das vorgeschlagen heute oder wann war das heute? Heute wurde es mir auch noch mal vorgeschlagen. Skylanders, der Fall der Abzocke von Ulti heißt der Typ. Ulti. Ich kenne ihn nicht. Das Video ist aber schon ein paar Jährchen alt. 31.01.2019. Ich weiß nicht warum mir das jetzt erst vorgeschlagen wurde. Ich wollte da mal reinhören was der Gute da zu sagen hatte zu Skylanders mit Abzocke. Schauen wir uns einfach mal an würde ich sagen. Einfach mal reinhören. Er hat mir als Kind echt viel Scheiße gegönnt um ein Taschengeld zu verschwenden. Von Yu-Gi-Oh! Karten bis überteuerte Beyblade ist natürlich alles dabei. Ich hatte übrigens Pegasus, Leon und El Drago. Ich hoffe ihr seid neidisch. Eine Sache die bei Geldverschwendung selbstverständlich nicht fehlen darf sind unnötige Figuren für ihn. Gute Wrestling Karten hat er. Nein nicht. Die guten Wrestling Karten. Es gab tatsächlich mal eine Zeit um genau zu sein Ende 2011 wo ich ein ziemlich begeisterter Skylanders Fan war. Ich habe am Release von dem Spiel mitbekommen und dachte mir nur so. Ich habe mit ein paar Freunden angefangen die zu sammeln und hatte echt nicht wenig davon. Für diejenigen die so gar nicht mit dem Spiel vertraut sind. Lasset mich erklären was es damit auf sich hat. Warum es wie gesagt echt Geldverschwendung war und warum diese Spielereihe und das gesamte Genre heutzutage einfach nur ein Schatten ihrer selbst sind. Er sagt einfach abzocken. Also ich kann mir schon vorstellen wo die Reise hinführt muss ich sagen. Also mit den ganzen Figuren die teilweise dann unnötig waren beziehungsweise Figuren die du kaufen musstest um halt das Spiel zu 100% zu spielen. Also denke ich mal da wird die Reise hingehen. Also meine Meinung nach. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Aber naja wir schauen mal. Wie gesagt super schade. Das war sowieso ähm. Abzocke. Das Prinzip von Skylanders ist eigentlich ziemlich einfach. Man bekommt mit dem Spiel ein Portal wie dieses hier das man an seine Konsole anschließen muss. Auf dieses Portal muss man dann diese kleinen Figürchen stellen die dann ingame erscheinen und für einen spielbar sind. Ich als leicht zu beeindruckendes Kind dachte mir natürlich so. Boah voll cool. Weil es nun mal ein ziemlich einfaches Kind ist. Naja. Wie alt war ich 2.11? Wie alt war ich da 23? Weil ich ja sowieso Actionfiguren oder Figuren feiere habe ich das sowieso gefeiert von daher. Einzigartiges und innovatives Konzept war. Die Kollektion der Figuren des ersten Skylanderspiels bestand aus 32 Figuren die je 10 Euro gekostet haben. Jetzt könnte man sagen ja okay. Kauf dir einfach die 4-5 coolsten und spiel das Spiel damit durch. So einfach ist das aber tatsächlich nicht. Jeder Skylander besitzt ein anderes Element. Zum Beispiel Spyro besitzt das Element Magie und dieser Fisch hier, dessen Namen eh niemand kennt, besitzt das Element Wasser. Es gibt insgesamt 8 Elemente für die... Wisst ihr was ich äh... Also wisst ihr was ich an der Sache nicht kapier jetzt? Er sagt er war begeistert davon, weißt du? Sagt aber dann selber jetzt hier ne den Namen den keiner kennt. Digi. Da steht der Name. Lässt ihn doch einfach vor. Wenn du selbst ein Fan warst, okay, aber warum jetzt so richtig negativ darüber zu reden? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Sehe ich nicht. Fisch hier, dessen Namen eh niemand kennt, besitzt das Element Wasser. Es gibt insgesamt 8 Elemente, für die jeweils 4 Skylanders erschienen sind. Der Knackpunkt an der ganzen Sache ist, dass es sogenannte Elementartore in dem Spiel gibt. Das sind Tore, auf denen ein Element abgebildet ist und man kann dieses nur passieren, weil man ein Skylander des dazugehörigen Elements spielt. Man braucht also, um das komplette Spiel zu sehen, mindestens 1 Skylander pro Element. Das sind 80 Euro. Ziemlich viel Geld. Das ist falsch. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Weil du ja schon, wenn du das... Der redet jetzt von 80 Euro. Er redet jetzt von den Figuren, aber das ist im Endeffekt, ist es falsch. Wenn wir jetzt von Spyros Adventure ausgehen, das ist 50 Euro. Weil du hast schon 3 Stück am Anfang. Du hast ja schon Magie, Leben und Technologie gehabt. Also hättest du nur noch die anderen 5 kaufen müssen. Das sind dann 50 Euro, nicht 80 Euro. Also... Aber hat es sich wenigstens gelohnt? Ich meine, wenn ein Spiel dieses Feature wenigstens gut nutzt, dann ist es doch vielleicht das Geld wert. Das Spiel... Ist ganz okay, denke ich. Von der Story und den Dialogen her spielte es sich irgendwie ein wenig wie ein THQ Playstation 2 Spiel der frühen 2000er. Was nichts schlechtes ist, aber schon immer irgendwie einen faden Beigeschmack hatte. Das Gameplay an sich hat mir aber schon Spaß gemacht. Es gab verschiedene Welten, eine Overworld und ein paar Bossfights. Außerdem konnte man die Fähigkeiten des Skylanders aufleveln und diese wurden dann gespeichert, sodass die auch zur Verfügung standen, als ich irgendwie zu einem Freund gegangen bin und dort mit meinen Skylanders gespielt habe. Das eigentliche Konzept und das Spiel an sich waren also echt nicht so bad. Aus heutiger Sicht würde ich es zwar jetzt nicht mehr spielen und die Figuren sind an mancher Stelle auch echt ein wenig Abzocke, aber es geht schon klar. Die Frage ist jetzt... Das stimmt. Also einige Figuren sind echt überflüssig, ja. Mir fällt da sofort Flinkkong von Trapteam ein. Ja, da hat er recht. Einige Figuren sind echt Abzocke. Da bin ich bei ihm, ja. Ging es weiter. Ich habe die Reihe nach dem ersten Spiel echt aus den Augen verloren und mir die darauffolgenden Spiele nicht geholt. Das habe ich auch gemacht. Das stimmt echt. Ich habe ja damals zu Spouse Adventure Videos gemacht. Und dann hat meine... Damals habe ich dann mit meiner Freundin drüber geredet und wir haben gesagt, wir holen uns Giants nicht, weil es dann einfach zu teuer ist. 2012 kam nämlich direkt das nächste Spiel namens Skylanders Giants. Vom Prinzip her tat sich da nicht viel, aber eine große Neuerung war, wie der Name vielleicht vermuten lässt, die Giants. Was einfach große Skylanders sind. Das Problem ist jetzt, also ich... Das Problem ist jetzt, ne. Der blendet jetzt eine Figur ein. Der blendet jetzt extra Gnalli Tree Wax rein. Ja, Gnalli Tree Wax hast du damals nur bekommen, wenn du Playstation, die Playstation Slim gekauft hast. Ich habe den ja. Ich musste aber damals die Playstation kaufen. Klar, also der Preis, der da jetzt steht, ist natürlich absolut lächerlich. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Der Typ, der ist absolut lächerlich, der Preis. Aber extra das reinzuballern, ne. Da hätte ich lieber Preise rausgesucht von damals, so wie es die mich meinen. Der dann wirklich... Oder dann die Special Edition oder so reinholt. Aber jetzt extra Skylander Giants, das ist einfach nur in meinen Augen das Ganze nochmal ins Negative zu rücken. In meiner Meinung nach. Ja. In meiner Meinung nach. Meine Meinung nach. Weil hier ganz ehrlich, ne. Wenn ich jetzt auf Ebay gehe, passt darauf wartet. Verstehe. Ich weiß, was der meint. Aber das ist irgendwie das Video. Jetzt bin ich bei Ebay hier drin, ne. So, jetzt guckt euch das an hier. Seht ihr das hier? Hier. Zum Beispiel. Ja. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Ey, Slam Bam, aber es geht. Hier. 139 Euro, nur weil es eine Special Edition ist. Hier 229, ne. Das ist lächerlich. Ja, hier Chaos. 80 Euro. Das ist Bullshit. Äh, hier. Wildstorm. Meiner wurde mir irgendwo geklaut davon ab. Ja, aber das ist nicht das Thema. 170 Euro für ein totes Spiel. Ja, hier. Ja, hier. 200 Euro, nur das Spiel. 200 Euro, nur das Spiel. Ohne Figur, ohne Kristall. 200 Euro. Ja, 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 ja. 234 Euro, wo, 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 was ist das für eine Motivation? Ja, es ist hier absolut lächerlich. Ganz ehrlich, solche Angebote, ne. Und das Schlimme ist, ne, hier. Der, 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 der. Boah, jetzt wollte ich was sagen. Jetzt wollte ich was sagen. Jetzt musste ich mich zurückhalten, ne. Guckt euch das mal an, hier. Der Typ hat da sogar den Preis drauf. Der hat sogar den Preis drauf. Da steht 54 Euro und will das Zehnfache haben. Er will 540 Euro haben, Alter. Er will einfach das Zehnfache haben. Ja. Einfach große Skylanders sind. So viel dazu. Wieder ein Jahr später kam direkt das dritte Spiel. Alter, das stimmt ja nicht hier mit dem Preis. Der Preis ist halt, das habt ihr ja gerade gesehen, weil das diese Special Editionen waren. Wieder ein Jahr später kam direkt das dritte Spiel der Reihe, Skylanders Swap Force, raus. Die haben tatsächlich den Plan verfolgt, diese Reihe jährlich rauszubringen, was ich persönlich als einen ziemlich großen Fehler sehe. Nicht nur, dass man bei jährlichen Spielen oft einfach sieht, dass diese gerusht wurden, um den Release-Termin einzubehalten. Es ist auch einfach sehr nutzerunfreundlich. Ja, das kann man so und so sehen. Klar, ist von Activision wahrscheinlich Druck gewesen, aber die haben ja zwei verschiedene Entwickler gehabt. Die hatten ja Toys for Bob gehabt und die hatten Vicarious Visions gehabt. Super Chargers war sowieso scheiße bergab gewesen und Imaginators kam einfach zwei Jahre zu spät, wie die Serie auch. sich bei einem Konzept via Skylanders verfolgt. Man merkt einfach, dass darauf abgezielt wurde, so schnell wie möglich zu viele Spiele und demzufolge auch Figuren auf den Markt zu bringen, um einfach viel Money zu scheffeln. Und Swap Force ist, glaube ich, der perfekte Beweis dafür. Das neue Feature an diesem Game war, dass es bestimmte Figuren gab, die sich auseinanderbauen und wieder zusammenfügen lassen. Diese Figuren waren teurer als die normalen und haben neue Elementartore in das Spiel eingefügt, die sich nur passieren lassen, wenn man zwei bestimmte Elemente kombiniert. Das ist Bullshit. Außerdem eine Neuerung war der sogenannte Portalmeisterrang. Diesen muss man erhöhen, um neuen Content freizuschalten und die 100% in diesem Spiel zu erreichen. Um diesen zu erhöhen, muss man sich jedoch unter anderem Skylanders kaufen. Das ist so Abzocke, keine Ahnung. Musstest du alle haben? Musstest du alle haben? Kann ich mich nicht so äußern, weil ich es jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, weiß ich nicht. Ich kann mich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ich kann mich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ich kann mich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ich kann mich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ich kann mich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ich kann mich nicht zu sagen, um das Spiel durchzuspielen. Das ist auf jeden Fall geil. Mit dem nächsten Spiel, Skylanders Trap-Team, das natürlich wieder ein Jahr später erschien, wurde der Portalmeisterrang ein wenig gefixt, indem sie das Feature, das man alle Skylanders kaufen muss, in der Form gestrichen wurde. Skylanders wäre aber nicht Skylanders, wenn sie dann nicht an anderen Stellen versuchen würden, ein bisschen Mule abzuzwecken. Die Neuerungen in diesem Spiel sind sogenannte Traps, die besondere Boni in das Spiel einfügen. Das Problem, das ich hier sehe, sind nicht die Traps an sich, sondern die sogenannten Trap-Master. Ziemlich teure Skylanders, die zwar mehr Features mit sich bringen, aber in diesem Spiel gibt es Elementartore, die nur von diesen Trap-Mastern pastierbar sind. Das bedeutet, man muss sich von verschiedenen Elementen diese Trap-Masters kaufen, um das Spiel überhaupt richtig spielen zu können. Das ist einfach so reudig. Der Nachfolger... Naja, ich weiß, worauf der hinaus will. Das Problem ist ja, die Trap-Master waren ja teurer gewesen als die normalen Figuren. Angefangen hat er mit den normalen Elementartoren, dann gab es ja diese Swap-Elementartore oder Swap-Herausforderung, und dann gab es ja die Trap-Master-Elementartore. Ich verstehe nicht, warum er nicht was zu den zwei neuen Elementen gesagt hat, die hinzugefügt wurden. Da hätte er noch was zu sagen können. Aber dann zu sagen, dass die Trap-Master... Ich ganz ehrlich, ich sehe das anders. Ich würde eher sagen, dass die Fallen das Problem waren. In meinen Augen waren die Fallen das Problem, nicht die Trap-Master. Die Fallen waren in meinen Augen das Problem gewesen. Weil die haben extra 7 Euro teilweise, teilweise 8 Euro. Ich habe euch die Story tausendmal erzählt mit der Schattenfalle, die Mediamarkt mir für 40 Euro verkaufen wollte, habe ich euch erzählt. Es waren einfach Elementartore mit den Trap-Mastern gewesen. Ob die Trap-Master jetzt 15 Euro gekostet haben oder 12,99 Euro. Ja, es ist... Was soll ich euch sagen? Natürlich ist das ein Kinderspiel gewesen. Da brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten. Kinder haben da ihr Taschengeld investiert. Und so weiter und so fort. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Das ist Tatsache so. Und nicht jeder konnte sich natürlich jede Figur kaufen, so wie ich es gemacht habe. Beziehungsweise so, ich habe ja auch ein paar Figuren von Activision bekommen. So ist das ja nicht. Ich weiß natürlich, worauf er hinaus will. Aber zu sagen, dass die Trap-Master das Problem war, das sehe ich ein bisschen anders. Hey Florian, was geht? Ich sehe, dass die Fallen da schon das Problem waren. Weil die Trap-Master waren nicht teurer gewesen als die Swap Force Skylander. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Holger, Skylanders Superchargers... Das Spiel hat den Vogel abgeschossen. Da weiß ich noch, als wir in München waren. Und da war der Frank und Eva auch noch da. Der Frank kam raus und sagt, und was sagst du? Ich habe dann zu ihm gesagt, ich sage, das ist doch absolute Scheiße. Habe ich so zu ihm gesagt. Und der Frank guckt mich an und sagt, wieso? Ich sage, Frank, alter Autos? Ich sage, Autos, Frank? Ich sage, kein Mensch interessiert sich für Autos da draußen. Zack, bumm, voll der Flop gewesen, das Spiel. Und das fand ich als Abzocke. Das da, hey Pit, was geht? Das Spiel, das ist für mich Abzocke gewesen. Weil du musstest den Trap-Master, den Supercharger kaufen und das jeweilige Fahrzeug. Im Set wärst du da bei 33 Euro gewesen. Das fand ich Abzocke. Wie diesem blöden, dreckigen Fahrzeug. Das war Abzocke für mich. Das ist aber, glaube ich, mein persönlicher Tiefpunkt der Reihe. Also really. Fühle ich bei dir, Digi. Fühle ich bei dir. Ja, warte, wir hören uns das nochmal neu an. Das Superchargers ist aber, glaube ich, mein persönlicher Tiefpunkt der Reihe. Also really, also, oh mein Gott. Warum ist das Donkey Kong? Hier gab es Fahrzeuge. Für Geld. Und du kannst nicht fahren, wenn du dir nicht deinen Skylander mit dem dazugehörigen Fahrzeug kaufst. Das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Nee, 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 nee. Das stimmt nicht. Du konntest das Fahrzeug mit jedem Skylander... Du konntest das Fahrzeug mit jedem Skylander fahren. Du hast aber einen extra Boost bekommen, wenn die, wenn das Fahrzeug zum Fahrer gepasst hat oder umgekehrt. Ja, genau. Du kannst das Fahrzeug mit jedem Skylander fahren, ne? Genau. Sehe ich genauso. Für Geld. Ich denke, ihr seht, wo das Problem liegt. Es gab zwar auch Packs, wo die Figur mit ihrem dazugehörigen Fahrzeug verkauft wurde, aber größtenteils wurden die halt wirklich getrennt verkauft, was einfach nur gemacht wurde wegen... Ja, da bin ich bei ihm. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. 33 Euro. Das hat mich auch damals so aufgerechnet. Und ab da habe ich dann auch gesagt, ne? Schluss. Ich streite nicht ab, dass die Spiele nicht auch irgendwo spaßige Gameplay besitzen oder sonst was. Es geht um die reinen Fakten... Das Spiel macht Spaß. Wer sich dafür interessiert, das Spiel macht Spaß. Das Spiel macht mir immer noch Spaß. Ich würde es ja immer noch spielen. Aber ich habe euch alles gezeigt. Was soll ich euch noch zeigen? Für was man alles Geld ausgeben muss, um die Spiele vernünftig spielen zu können. Und wenn man beachtet, dass die Spiele eigentlich für Kinder sind, ist es einfach nur ungünstig. Buchstäblich. 2016 kam das bisher letzte richtige Skylander-Spiel raus. Und zwar Skylanders Imaginators. Ein Spiel, für das du dir Figuren für Geld kaufen musst, um es zu spielen und trotzdem In-Game-Käufer beinhaltet. Ja, ja. Yo. 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 Die Kisten, Alter, das war es ja. Wo du... Ja, die du alle freispielen konntest im Ding... Und du kannst die jetzt immer noch kaufen. Diese In-Game-Kisten, ne? Das... Das ist komplett los. Man kann sich In-Game-Boni kaufen oder Kisten, in denen ebenfalls solche Boni vorhanden sind. Ja, in dem Game kann man für Echtgeld gambeln. Naja, man muss sagen, sie geben sich wenigstens Mühe, die Kinder jedes Jahr aufs Neue auf eine andere Art und Weise abzuziehen. Wirklich, Respekt dafür, Activision. Aber was ist jetzt aus Skylanders geworden? Seit 2016 kam kein neues Spiel mehr dieser Reihe raus und die Mitstreiter dieses Genres, Disney, Infinity und Lego Dimensions, haben seitdem ebenfalls keinen Ableger mehr bekommen. Ja, Disney hat gedacht, das Spiel läuft von alleine. Ja, aber nur durch die Marken, die saaten Star Wars, Disney selber, Marvel, ist das kein Selbstläufer. Das Spiel war im Endeffekt, war das Spiel Rotz gewesen. Ja, tut mir leid, ich hatte so Sache, aber es ist einfach so gewesen. Lego Dimensions war mega, aber viele Bugs. Das hat viel das Spiel zerstört und Lego war teuer. Und Lego war teuer. Ja. Das war teurer als Skylanders gewesen, Lego Dimensions, ja. Und ich finde, man muss sich da echt nicht wundern. Im Prinzip ist es immer und immer wieder dasselbe Prinzip mit ein paar extra Abzockeboni. Es fehlt einfach so das Neue, das Innovative. Das, was man am Anfang bei Skylanders noch so faszinierend und interessant fand. Figuren auf etwas draufzustellen, um sie Ingame zu spielen, ist irgendwie nichts Krasses mehr, wenn es jedes Jahr aufs Neue rauskommt. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass das Gameplay wirklich gut ist, anstatt alles draufzusetzen, coole Figuren rauszubringen. Solange ein Spiel dieser Art es nicht schafft, einem so etwas zu bieten, wird das nichts mit dem Verkauf sein und es endet so wie Konzepte à la Guitar Heroes. Auf dem Haufen der Vergessenheit. Da hat er recht. Da hat er absolut recht. Ja, das war ja im Endeffekt war es ja immer, es war ja immer dasselbe gewesen im Endeffekt. Da hat er absolut recht. Ja, es kam ja gerade bei Skylanders, es war immer gewesen, Chaos ist irgendwie wieder ausgebrochen, du hast wieder gegen Chaos gekämpft. Ja, dann hast du den Endboss gehabt, da hast du dann 16 Level da gehabt oder was das war. Außer bei Super Chargers, da waren es ja 130.000. Aber im Endeffekt war es ja immer dasselbe. Und das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Ja, das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Activision hätte da absolut da mit Blizzard zusammenarbeiten müssen. Ich sage es immer wieder ganz ehrlich, ein Open-World-Spiel like World of Warcraft in Skylanders. Jeder hat sein Portal zu Hause, jeder kann sein Portal am PC anschließen. Ganz ehrlich, ich sage es so, wie es ist, da würde ich monatlich auch gerne für bezahlen. Jeder, der davon Fan ist, hat seine Figuren zu Hause. Ja, damit würde man sogar noch mal die Figuren da draußen ein bisschen anheizen, die da in den Regalen für einen Euro liegen und so weiter, dass die da nicht vergammeln. Jeder hat ein Portal zu Hause, jeder hat Figuren zu Hause, der da spielen will, wo der Skylanders Fan ist. Open-World, jeden Monat bezahlen dafür, ja, für die Server. Reinde, meine Meinung, ja. Aber, naja, auf mich wird ja nicht gehört. Auch, dass die den Duell-Modus damals weggemacht haben zu Trap-Team. Ja, ähm, das war's komplett. Wie, wie, wie können die den besten Modus vom ganzen Spiel entfernen? Alter, das war doch das Geilste gewesen, dass du mit deinen Freunden gegeneinander, mit deiner Figur kämpfen kannst. Und was sagt Activision da auf die Gamescom? Ja, wir wollen nicht, dass die, äh, dass, dass die, dass die Freunde, ja, oder dass die, dass die, die Leute, die zusammenspielen, dass die gegeneinander spielen. Die wollen, dass die zusammenspielen. Machen sie Chaos-Türme da rein, da Chaos-Herausforderung. Alter, ich dachte, Alter, als ich das gehört hab, ne, Alter, da ist mir, da ist ja alles an mir vorbeigezogen, ne, da ist ja alles an mir vorbeigezogen, ne. Wir wollen nicht, dass die gegeneinander kämpfen, weil das ja zu brutal ist. Wir, wir machen, wir machen einfach einen Scheiß-Modus rein, wo man zusammenspielen kann, was absoluter Schmutz war. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich möchte mich unbedingt nochmal dafür entschuldigen, dass meine Stimme vielleicht ein bisschen komisch klingt. Ich bin ein wenig erkältet und es ist fucking kalt. Ich hasse mein Leben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Macht's gut und ciao. Aber wie gesagt, von Ulti war das, das ist ein Video von vor zwei Jahren, über zwei Jahre schon, 2019, 31. 2019, 24.000, also 25.000 Likes zu 1.770 Likes. Zum Teil, sagen wir mal so, 70% gebe ich ihm recht, 30% gebe ich ihm, 20% gebe ich ihm nicht recht, 10% enthalte ich mich. Ähm, ja, ich verstehe schon, wo die Reise hingeführt hat. Er hat absolut recht in einige Situationen, absolut. Und, ähm, nö, war ein interessantes Video, muss ich sagen, war ein interessantes Video, die Econ. Aber es sind halt einige Sachen, die ich anders sehe, beziehungsweise, habe ich ja gerade schon erklärt, die ich, ja, das sehe ich so nicht, sage ich wirklich so wie das, also, das, keine Ahnung, Online-Arena wäre nice gewesen, genau so war. Der Online-Modus, ganz ehrlich, bei Skylanders hat am Ende des Tages einfach ein Online-Modus gefehlt. Ja, die haben einfach am falschen, äh, am falschen Ende programmiert. Dann wurde, dann wurde ein Karten, das ist auch geil, da wurde eine App gemacht, ne, ich habe die App gefeiert, Battlecast, mit den Karten, die du dann einscannen musstest und so weiter und so fort. Ich habe es gefeiert, machen die die App weg. So, weißt du, du hast die Karten zu Hause, kannst mit der App nicht mehr spielen. Oder hier, dann wird es für Tablet gemacht, das Spiel. Das Spiel, das ist der Hammer, der schreibt mich von, ähm, der schreibt mich von vor, eineinhalb Jahren schreibt mich jemand an, der hat von seiner Oma, das hat sie irgendwo günstig für 10 Euro beim Einkaufsladen geschossen, für Tablet, ne, weil der Junge ein Tablet hat, hat sie ihm das gekauft, ne, komplett original eingepackt, ne, kann er nicht spielen, weil die App nicht mehr im App Store ist, das musst du dir mal ziehen. Alter, das musst du dir mal, das musst du dir mal begreifen, das musst du dir mal im Kopf reinziehen. Du kannst das Spiel noch kaufen, du kannst, ich kann das Spiel jetzt bei Ebay kaufen, kannst aber nicht spielen, weil die App einfach nicht mehr im App Store ist. Weißer Bescheid. Weiß Bescheid, wie es läuft. Weißer Bescheid. Weißer Bescheid.